Stell dir vor, du bist ein Teenager und plötzlich ist da dieser sieben Jahre ältere Priester, in den du dich unsterblich verliebst. Da er aber schon 20 ist, weißt du, dass er dich nur als Kind sehen würde und dass du einfach zu jung für ihn bist. Doch dann ist da eine Glaubensschwester, die deinen Schmachten bemerkt und dir sagt, dass ihr zueinander finden werdet. In den folgenden Jahren spricht weiterhin jede Vernunft dagegen. Als er dann auch noch eine andere heiratet, steht es 100 zu 1 für, da wird niemals etwas sein. Du lebst dein Leben weiter, wirst erwachsen und eines Tages, als du dich schon selbst mit einer anderen Zukunft abgefunden hast, steht plötzlich er vor deiner Tür, als Single. Er berichtet von einem Glaubenserlebnis, das ihm gezeigt hat, dass ihr beide füreinander bestimmt seid. Und da du deine Gefühle für ihn stets wie einen Schatz bewahrt hast, ist die Sache für dich sofort klar. Ja, du fragst dich jetzt vielleicht, was diese Filmschnulze mit deinem Glauben zu tun hat. Also erstens ist das keine Fiktion, sondern die extrem gekürzte Fassung der Liebesgeschichte meiner Eltern, die inzwischen seit 38 Jahren glücklich verheiratet sind. Und zweitens erinnert die Geschichte an unsere Beziehung zu Gott. Immer wieder kommen Menschen mit Argumenten, warum es sich nicht lohnt, auf einen angeblichen Gott zu warten. Einzig die Bibel, die Kirche und deine Liebe zu Gott stehen der überwältigenden Anzahl an Gegenargumenten, Zweifeln und Rückschlägen entgegen. Und deswegen möchte ich im Glauben wie meine Mama sein. Ich möchte das Beste aus meinem Leben machen, auch wenn Gott mich noch nicht zu sich holt. Aber zugleich möchte ich trotz aller Widrigkeiten jederzeit um die richtige Herzenseinstellung kämpfen. Denn ich weiß, wenn wir diese Liebe niemals aufgeben, bekommen wir alle unser Happy End in der Ewigkeit mit Gott. Ihr wundert euch sicher über den Hinweis, aber in 109 Tagen ist Nikolaus. Das heutige Wort ist eher ein klassisches Weihnachtswort und wird oft auch von anderen Kirchen in der Adventszeit benutzt. Der heilige Nikolaus gilt auch hier als Schutzpatron der Wartenden. Aber hat er still auf den Herrn gewartet? Nein, er hat sich, während er auf den kommenden Jesus Christus gewartet hat, für die Bedürftigen und in besonderem Maße auch für die Kinder eingesetzt und dort die Not gelindert. Jakobus beschreibt dies auch mit dem Bild des Bauern, der auf den Regen wartet, damit er die Saat aussäen kann. Danach muss auch er sich in Geduld üben, bis er nach dem Spätregen die Früchte ernten kann. Doch er ist während dieser Wartezeit nicht untätig. Er pflegt das Feld, damit alle Pflanzen optimal gedeihen können. Doch was verbindet jetzt den Bauern mit dem heiligen Nikolaus? Beide müssen auf ihre Art geduldig sein. Beide müssen hoffen, dass etwas wächst, anwächst oder gar zusammenwächst. Beide sind aber auch während ihrer Wartezeit nicht untätig. Die Frucht, die bei Jakobus beschrieben wird, steht hierbei auch für den Glauben an Jesus Christus. Doch alles Mühen ist zum Scheitern verurteilt, wenn man dabei nicht die nötige Geduld hat. Deshalb lasst uns ruhig, beharrlich und auch geduldig am Werk des Herrn weiter arbeiten, damit die Wartezeit auf den Herrn verkürzt wird. Ich, die Unpünktlichkeit in Person, die gerne viele Dinge gleichzeitig unter einen Hut bekommen möchte, dann oft unter Druck steht und auch noch ungeduldig ist. Ich soll geduldig sein. Mann, das Wort trifft wirklich mitten ins Schwarze. Als ich über die Geduld so nachgedacht habe und gelesen habe, bin ich auf ein Zitat von Hermann Hesse gestoßen, das ich gerne mit euch teilen möchte. Geduld ist das Schwerste und das Einzige, was zu lernen sich lohnt. Alle Natur, alles Wachstum, aller Friede, alles Gedeihen und Schöne auf der Welt beruht auf Geduld. Braucht Zeit, braucht Stille, braucht Vertrauen. Ja, Geduld zu lernen ist wirklich schwer. Betrachten wir aber mal die Personen, die das gut können. Also ich bin zum Beispiel immer total dankbar für meine Freunde, die gerne auf mich warten und dabei auch noch geduldig sind. Warum? Sie geben mir die Möglichkeit, mich zu konzentrieren auf das, was gerade für mich noch wichtig ist und geben mir damit einen gewissen inneren Frieden. Wenn ich das nächste Mal ungeduldig bin, möchte ich, statt schlecht gelaunt zu sein, lieber die Zeit nutzen und dankbar sein. Dankbar, dass ich etwas habe, worauf ich warten kann. Zum Beispiel tolle Freunde, die etwas mit mir unternehmen möchten. Oder einen Supermarkt, in dem ich Produkte bekomme, für die ich vielleicht an der Kasse warten muss. Oder Gottes Versprechen auf sein Wiederkommen. Und ich möchte darauf vertrauen, dass es gut wird. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!